Hallo Erdlinge, willkommen zurück zu XCOM 2 mit einem weiteren wunderschönen Ladebildschirm. Also Ladebildschirme sind meistens ganz nett, aber nie wirklich so wunderschön wie hier und deswegen habe ich gedacht, zeige ich noch ein paar mehr. Ja, wo stehen wir? Wir stehen eigentlich ganz gut. Wir haben 10 Energie über, wir haben die Möglichkeit noch 2 Kontakte zu machen. Wir haben ein bisschen wenig Geld, aber genügend Info. Wir könnten auch mal wieder einen Illyrium-Kern vertragen, aber alles andere läuft eigentlich ganz gut. Bis auf die Tatsache, dass wir 9 verwundete Soldaten haben. Und die meisten sind noch eine Weile krank. Also gerade Emma Gobelowski, 11 Tage ist sie noch ausgenobbt. Holzkopf noch 2 und die anderen so zwischen 3 und 6 Tagen. Ja, hm, naja gut. Dann wollen wir erstmal schauen, was heute für uns ansteht. Wir haben, glaube ich, wo sind wir? Wir sind hier. Wir sind auf der Höhe des Funkers, den wir machen wollten, weil er noch 5 Tage hat, aber uns höhere Regionseinnahmen bringt, was wiederum interessant für uns ist, weil wir in 16 Tagen die Vorratslieferung haben. Aminos ist heil, Philipp ist heil, eine ganze Menge Leute sind heil. Da! Ach, das erhöht nur die Einnahmen für eine Region. Buh! Buh! Gut, hier können wir übrigens jederzeit angreifen. Andromedon, Elite-Lanzenträger, Elite-Soldat, Sektoport, Torwächter, Viper. Das ist auch ganz kernig. Und wir haben natürlich noch dieses Teil hier übrig. 14! 14 Gegner sind hier. Advent, Mech, Elite-Schildträger, Elite-Soldat, Andromedon, Archon. Und nochmal zurückscrollen, bitte. Kodex, Elite-Lanzenträger, Sektoport, also das ist ein volles Programm. Das wäre sicherlich eine schwere Mission. Und ich denke, wir sollten vorher ruhig nochmal gucken, ob wir nicht irgendwas Sinnvolles anderes machen können. So. Wir könnten uns hier Richtung Bonus hangeln. Hier passiert sonst nicht allzu viel. Hm. Interessant. Interessant. Wie sieht es hier eigentlich bonustechnisch aus? Hier gibt es drei Länder. Hm. Ja. Wir können allerdings hier auch sofort angreifen. Ich bin ein wenig ratlos. Ich glaube, wir stellen einen weiteren Kontakt her. Drei bis fünf Tage, alles klar. Setzer Kurs auf Sektor 14. Ostasien. Flugi, Flugi, Flugi. Das ist übrigens heute Folge 30. Ich schätze das Ergebnis, hätte ich nicht vorhersagen können. Aber es ist faszinierend. Was heißt, wir haben schon ungefähr 25 Stunden mit dem Spiel zugebracht. Ich finde, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schauen wir mal an. Strahlenkanone ist das Ding für die schweren Soldaten. Was ich gut finde. Und wer den Text lesen möchte, der kann es jetzt tun und den Bildschirm pausieren. Ich werde ihn diesmal nicht vorlesen. Wir wissen, es haut mehr rein. Es ist die Plasma-Variante von der schweren Waffe. Da ist sie. Und das gleiche machen wir nochmal mit der Plasma-Lanze. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ja, ich auch. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Mord. Mord und Totschlag. Und ich würde gerne noch diese Plasma-Lanzen haben, bevor ich irgendetwas besonders Wildes damit anfange. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Oh. Das ist gemein. Kleiner Durchbruch wiederum ist aber okay. Wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen zwei könnten wir das Ganze runterbringen auf drei. Das wäre natürlich spitze. So, wir haben noch zwei Wochen bis zum nächsten Vergeltungsschlag und fünf Wochen bis zum nächsten Alien-Einrichtungsbau. Das heißt... Oh. Und gerade wollte ich sagen, das heißt, wir können das andere Ziel sicherlich noch machen. Aber es gibt einen neuen Guerillaschlag, den wir ausführen können. Und zwar entweder Neuchiele für... Schwierigkeitsgrad sehr schwer für einen Ingenieur. Behinderter-Ereignis Viper-Geschosse, was ich nicht so schlimm fand. Oder das wiederum fand ich deutlich unschöner, nämlich, dass wir weniger Vorräte kriegen bei der nächsten Vorratslieferung. 50% reduzierte Vorräte sind einfach grauenvoll. Was haben wir hier? Andromedon, Archon, Elite-Offizier, Elite-Soldat, Elite-Lanzenträger, Sektoport, Elite-Schildträger. Diese ganzen Elite-Offiziersachen sind nicht weiter wild. Archon... Es ist überschaubar. Sektoport, Andromedon... Das sind die beiden, um die ich mich sorgen würde. Und die werden wir jetzt einfach mal verarzten. Verarzten. Die westliche USA. Ja. Ach, da oben. So, und ich habe beschlossen, diesmal einen anderen Stil zu wählen von Teamzusammenstellung. Nehme ich mir mein Wunschteam, komplett von vorne zusammenzustellen und vorher alle Gegenstände freizugeben. Ist das richtig? Ja, ich glaube, das ist einigermaßen richtig. So machen wir das. So wird da ein Shoot raus. Haben wir irgendwie was vergessen? Ich habe das Gefühl, wir haben immer was vergessen. Aber ich kann mich nicht entsinnen, von daher geht es jetzt damit ab. Wir haben neun Feinde. Nein, ich weiß gar nicht, wie viele Feinde es gibt. Ich habe vergessen, auf diese Zahl zu gucken. Wir wissen nur, was da ist. Skyranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Okay. Angeblich zieht der Widerstand in diesem Gebiet über eine provisorische Anlage kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts aus dem Edmonton-Netzwerk. Aber die Aliens haben scheinbar Wind davon bekommen und schicken Verstärkungen, um das Gerät zu zerstören. Wir greifen ein, um das Gebiet zu sichern und das Gerät zu schützen, bevor sie es zerstören können. Ja. Edmonton, übrigens in Kanada. Der Sitz von der guten Firma Bioware. Wer sie kennt. Oh, geht schon los. Gerade wollte ich noch was über Edmonton erzählen, aber dann ist mir das Spiel zu vorgekommen. Und die... Menefans für feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Jut. Das wird hier Macht. Dann wollen wir mal schauen, wo wir Get Freaked hinsetzen können. Probieren wir es mal mit hier. In dem Moment, wo wir in Zivilisten reinlaufen, sind wir eh verloren. Vielleicht können wir die vermeiden. Das wäre natürlich super cool. So, Holzkopf. Holzkopf kann nach hier. Ich finde das schön, dass wir hier direkt neben denen gelandet sind und dass sie nichts gehört haben. Was ich enorm interessant finde. So, wo? Hier sind nicht mehr viele Plätze übrig. Ich würde sagen, wir probieren das. Das ist zwar ein Stück weiter nach vorne. Aber es ist noch gerade gut gegangen. Baha wiederum sollte sich in den Schutz bewegen. Hier. Purple Fire. Purple Fire. Ha, 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 ha. Ist eigentlich dieser Event noch aktiv? Mit den Gesichtslosen, dass wir Zivilisten haben, die zu Gesichtslosen werden? Das wäre sehr unschön. Da würde ich keine drauf verzichten. Äh, und dann noch das. Oh, gut. Bissensweise nicht gut. Was zum... Okay. Gut. Da wollen wir doch mal sehen. Ich glaube, wir haben keine Chance. Wenn die sich hier rüber bewegen, genau da wollen wir hin. Dann haben wir keine Chance darauf, die abzuwehren. Was wir also stattdessen brauchen, ist ein guter, eine gute Möglichkeit, sie abzufangen. Und, Kinders, da soll es sie hin. Und das heißt, wir suchen uns jemanden aus. Die stehen zum Glück sehr eng zusammen. Das heißt, ich möchte da wirklich am besten mit Merylix drauffeuern. Der braucht sich nicht bewegen. Holzkopf. Holzkopf kann nachher... Longshot bleibt, wo Longshot ist. Baha wiederum kann... Äh... Nach hier. Baha sollte mal lieber etwas in Deckung gehen. So, Longshot, das bleibt nicht... Da bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist Feuerschutz. Und Purplefire geht auch in Feuerschutz. Distanzschutz verborgen. Feuer auf den ersten Fantasy in deiner Sichtlinie bewegt. Aber nur, wenn du nicht verborgen bist. Okay. Das haben wir irgendwie geskillt. Und ich habe vergessen, wie das funktioniert. Aber egal. So, Splittergrade. Davon haben wir derer drei. Oh, und offensichtlich können wir das nur machen mit... Wir könnten natürlich auch mal gucken, was hier passiert. Nein, das funktioniert nicht. Wir müssen uns tatsächlich mal ranbewegen. Wie schade. Wie wirklich, wirklich schade. Ich hätte das gern vermieden. Aber... Aber... Oh. Die Jungs. Jetzt stehen wir auch noch... Äh... Jetzt stehen wir auch noch im... Äh... Auf einmal wird das Ganze schwierig. Wir könnten Ruptur machen. Aber das will mir eigentlich nicht einleuchten. Das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Das wiederum trifft alle... Zerstört Deckung. Ja, das machen wir. Merrillex steht jetzt dummerweise flankiert von den Offizieren. Aber sie sagt, die wir nicht vermeiden können. Und ich habe viel mehr Sorge, dass wir noch eine Runde verstreichen lassen. Dann muss er eine Runde lang Treffer kassieren. Da ist er. Oh. Daneben. Gut, ihr trefft alle. Ihr seid alle fantastisch. Wofür habe ich euch eigentlich angestellt? Und Baha hinten. Auch daneben. Äh, es ist faszinierend. Autsch. Meine Flanke. Nein. Ich will nach Hause. Philipp. Das ist doch nur wirklich kein Grund. Wow. Okay. Hat das getroffen, wenigstens? Wissen wir das? Sieht nicht so aus. Noch ein Reflexschuss. Irgendwas ist mit dieser Mission. dass das so gar nicht zu funktionieren scheint diesmal. Seine drolligen Federn. Feuerschutz. So viel Feuerschutz. Sie wissen, dass wir uns bewegen müssen. Ja. Wenigstens treffen sie auch nicht immer. Okay. Okay. Und ein... Er bietet einen Schuss. Fünf Schaden. Das ist nett. Äh, da leidet er in Slow Motion. Das mit Philipp ist ein Problem. So. Und wir müssen uns leider bewegen, weil... diese werten Herrschaften hier, diese roten Punkte, diese Federn, alle explodieren werden. Und das können wir uns natürlich nicht erlauben. Und ich glaube, wir... Da sind wir nicht in Deckung. Warum sind wir da nicht in Deckung? Da wären wir in Deckung, aber da nicht. Was ist denn der Gegner, der uns da sieht? Von hinten irgendwie? Das finde ich bizarr. Das kann doch gar nicht sein. Wer sieht uns denn da? Wir probieren es rauszufinden. Und gleichzeitig zieht er die Reflexschüsse, aber ich habe das aus einem bestimmten Grund so gemacht, weil er nämlich blitzschnellende Reflexe hat und weil wir so in der Lage sind. Wir können allerdings noch... Wir müssen noch zwei Einheiten wegziehen. Nämlich Longshot, Longshot bewegt... Wer ist da hinter uns? Oder ist das von oben? Ist das Geheimnis oben? Ich glaube, das wird in Ordnung sein. Wahrscheinlich. So, und jetzt... Ziehen wir noch... Merrillix davon. Merrillix zieht sich nach... Wohin zurück? Wie wäre es... Mit... Ach, jede Position ist eine schlechte Position. Wir könnten das hier versuchen. Wir lösen uns. Nach diesen Reflexschüsse aus? Verdammt! Aber... Wir haben die wunderbare Möglichkeit, nochmal eine Splittergranate zu zünden. Und gleich mal schauen, ob wir das irgendwie sinnvoll hinkriegen, dieses Auto zu detonieren, ohne unsere Leute zu verletzen. Wie wäre es hiermit? Was ist das für dich? Zack! Großes Kino. Und jetzt hat er noch eine Bewegung, was ich wiederum großartig finde, denn dann bewegen wir ihn nach dort. Und auf einmal ist er wieder in Deckung. So. Jetzt kommt Baha. Baha kann... Oh, ich dachte, er kann Genesung, aber das kann ja nur unser guter Cypher. Das heißt, wir müssen die Gremlin-Heilung bemühen. Und wir haben Merrillix und wir haben Holzkopf. Holzkopf kriegt gleich Schaden, deswegen werden wir Holzkopf heilen. Denn wir können ihn nicht bewegen und er steht mitten in den Feuerfedern. Und das ist ein Problem. Deswegen ist er jetzt wieder ganz genesen. So. Und es verbleibt ein weiterer Schuss von ihm. Wir können eine Granate machen. Aber witzigerweise ist er völlig unfähig über... Ach, das ist der Raketenwerke. Gut, dann... Da haben wir natürlich keine Chancen. Dann könnten wir genauso stattdessen gucken. Das sind 72, das sind 66, das sind 55. Dann probieren wir mal die 72. Ja. Immerhin. 5 und 2. Longshot. Longshot hat einen kostenlosen Schuss. Und... Witzigerweise sehen wir den Andromedon nicht. Okay. Gut, das heißt wir suchen uns den raus, wo wir am meisten von haben. Der hat 51%. Der hat 89% und den kriegen wir runter auf 4. Ich weiß nämlich gerade, ob es besser gewesen wäre auf den Arche oder in der Luft zu schießen. Aber ich glaube, die Feuerfedern wären trotzdem passiert. und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, ihn zu töten. Allerdings wäre dafür Treffen relativ notwendig gewesen. Gut, bleibt Purplefire und Get Freaked auch. Okay, Get Freaked auch. Das ist ganz angenehm. Purplefire. Purplefire sieht mit den ungeschützten Andromedon und könnte 92%iger mit 92%iger Wahrscheinlichkeit diesen Schaden machen. Das sieht gut aus, aber nicht gut genug. Ich frage es, ob wir nicht vielleicht mit dem Raketenwerfer noch ein bisschen Unsinn machen können. Müssen noch weiter runterschießen, zusätzlichen Schaden verursachen. Und jetzt mit Get Freaked. Und jetzt schießen das tatsächlich töten. Und ich bin gerade am überlegen, ob es Sinn macht, sich hier erstmal noch einen Schritt in die Deckung zu bewegen. Sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Und jetzt schießen und töten. Natürlich wissen wir, das ist nur der erste Schritt, denn das Biest wird nächste Runde wiederkommen. Beziehungsweise gleich sofort. Naja, das war vorhersehbar. Sechs Schaden ist eine ganze Menge. Ich hoffe, er bleibt diese Runde noch einigermaßen intakt. Baha wird ausgesucht. Sieben Schaden. Sieben Schaden ist ganz schön happig. Longshot wird ins Ziel genommen. Vier geht. Und wir kriegen einen erwiderten Schuss der getroffen hat und er leidet so wunderschön in Slow Motion. Ich sehe nichts. Okay, einer, der rennt, ist mir auch recht lieb. es geht weiter auf den Datenspeicher. Ist etwa ein wenig unanständig, aber wir nutzen, wir nehmen das mal so hin. und er wird vermutlich probieren, genau, zu einem hinzurennen und ihn direkt zu hauen. Sieben Schaden und er steht in der Säure. Es ist unanständig. Es ist grundsätzlich unanständig. Okay. Gut, Longshot. Longshot könnte es ist alles es ist alles vertrackt. Purplefire. Purplefire kann sich erst einmal hier in Deckung bewegen. und jetzt sieht er noch den Andromedon. Und mit hat er eine hundertprozentige Trefferchance. Genau. Get Freaked wiederum könnte ihn bereits töten, sofern er trifft und ihm vollen Schaden Ja, damit ist das Thema durch. Holzkopf wiederum ist nicht in Deckung und die Frage ist, kriegen wir das irgendwie gelöst? Ich befürchte, nicht wirklich. Aber was wir machen können ist uns mit Longshot hier zu positionieren und zu versuchen den Archon zu töten. Komm schon, hier schon. Oh. Das wäre zu schön gewesen. so, verbleibt Merilix und da ist die Frage, was wir machen. Ich denke, Ruptur ist angemessen. Wenn wir treffen, dann ist das Ganze eine gute Sache. Ja, kritischer Treffer, 14 Schaden und Ziel ausgeschaltet. Das ist sehr schön und wir können ihn umpositionieren. Die Frage ist, ob wir das wollen. Steht er hier in einer vollen Deckung und ich überlege, ob wir ihn irgendwie... Wir könnten ihn hier hinstellen, das ist auch eine volle Deckung. Dann würde es den anderen trotzdem noch leicht fallen, von der Kirche aus zu flankieren und das ist das, was mich eigentlich eher besorgt im Moment. Ähm, ja. Wenn wir mit Richard treffen, das sind 59%, mit Holzkopf könnten wir, glaube ich, leichter treffen, aber wir brauchen dann für ihn eine vernünftige Deckung, weil er auch sehr angeschlagen ist. Ich glaube aber, die passende Deckung in diesem Fall wäre das hier. Und er verstrahlt den Boden. Wie kann er nur? Wie kannst du ihn noch besser treffen unter diesen Umständen? Das ist fast ausgeschlossen, dass du ihn überhaupt gut wir bewegen uns hier ein Stück rüber und beschießen ihn von der Seite. Nur 65%. Wenn wir jetzt nicht treffen, haben wir ein Problem. Haben wir vielleicht immer noch, aber immerhin haben wir ihn jetzt getötet. Das heißt, es bleiben nur noch die Gegner dort oben. Feuerschutz und oh, ein Schuss auf Holzkopf, aber verfehlt. So, get freaky get freaky kann freaky gehen und diesen Soldaten hier möglicherweise gleich röntgen. Er hat außerdem eine diese Brenngeschichte hat aber nicht gereicht und dieser Soldat wird nicht verbrennen. Das ist ein Problem. So, jetzt kommt die nächste Frage, was wir jetzt machen. Longshot könnte schießen, macht Sinn. Sind die Chancen damit der Handfeuerwaffe besser? Nein. Dann probieren wir das Präzisionsgewehr. Das war eine Chance, die schlechter war als 50-50. Das war ein sehr, sehr glücklicher Treffer. So, Holzkopf kann jetzt näher ran. Ich würde ihn aber wahrscheinlich lieber nach hier schaffen wollen. Er hat allerdings auch wieder keine Möglichkeit zu treffen, vielleicht mit dem Raketenwerfer. Das könnten wir machen, das könnte eine sinnvolle Geschichte sein. Ja, wir machen das. Zack. Nicht nur haben wir fünf Schaden gemacht, sondern wir haben auch die Deckung zerstört. Baha, Baha kann näher ran und wird danach heilen. Ich weiß nur noch nicht wen. Ich bin versucht, nicht Holzkopf zu heilen, sondern Baha selber oder alternativ und wir haben auch nur noch, wenn ich das richtig sehe, eine weitere Heilung, was ich enorm bedenklich finde. Und ich glaube, wir heilen Baha selbst. Macht das Sinn? Wir werden ja probieren, ihn zurückzuhalten, aber er hat die geringste Panzerung neben... Nein, es macht keinen Sinn, wir werden Purplefire heilen. Purplefire ist am weitesten weg von jedem anderen Medikit. Longshot hat noch ein Medikit, was sie anwenden kann auf Baha oder Purplefire. Und wir müssten noch ein drittes haben und ich weiß nicht ganz, wo es ist. Auf der anderen Seite ist Purplefire auch am weitesten weg von jedem Gegner. Das ist im Grunde auch etwas ungünstig. Aber nächste Runde sollte er wieder in Feuerreichweite sein. So, Merrillex. Merrillex kann noch einmal brutalen Schaden machen. Und die Frage ist, sollte das reichen? Es sind 7 bis 10 und ich bin immer zu faul, das zu zählen. Ich hätte gerne eine numerische Entsprechung manchmal davon. Ich glaube, es wäre interessant genug, um es zu versuchen. Verbündete im Zielbereich? Nein, das machen wir nicht. Wo sind denn die Verbündeten? Sind da Verbündete? Wie sieht es hier aus? Abbrechen können wir nicht machen. Okay. Was ist mit Splittergranate? Das funktioniert. Ah, das war der Verbündete im Zielbereich. Gut, das ist nachvollziehbar. zack. Sehr schön. Der braucht nur noch einen gut sitzenden Treffer. Und wir haben eine Salbe. Das ist angenehm. Kostloses Nachladen. Und jetzt können wir ihn sogar direkt beschießen und vielleicht sogar schon ausschalten für 66%. Das hat nicht ganz funktioniert. Oh. Gut, der zieht sich zurück. Das heißt, die wollen weiter darauf schießen. Oh, junger Mann, ich traue dir nicht. Ich traue dir nicht im geringsten. Ha. Fitt gemacht, Chef. Und ich glaube, ich verberbe dich, damit wir dich näher ran schaffen können. Ich sehe nicht wirklich viele Möglichkeiten. Du bist verborgen, von daher sollte es eigentlich gehen. Und du bleibst ja auch verborgen. Pass ob, wir schaffen nicht nach hier. Du hast ja noch volle Energie. So, Holzkopf. Holzkopf könnte nach hier. Und sieht das Ziel nicht. Ich weiß nicht, wie nah wir ankommen mit der Splittergranate. Gar nicht. Okay, gut, dann rücken wir uns langsam vor. Das ist der Grund, warum ich eigentlich dieses die Möglichkeit Ziele oder die Möglichkeit diese Deckung zu zerstören nur dann gut finde, wenn wir nicht in eine bestimmte Richtung vorrücken müssen, weil in dem Moment das Ganze dann anfängt für uns sehr sehr schwierig zu werden. Okay, Kate, wir haben mit dir 33%. Ich würde den Wert gerne irgendwie hoch bekommen. Und ich denke, wir haben noch ein paar Runden Zeit. Ich bleibe hier auf Feuerschutz. Baha, Baha hat keine Heilung mehr, was mir nicht gefällt und er hat sehr sehr wenig Energie. Er steht momentan in einer halben Deckung. Oh, wir können Sachen hacken. Was können wir hacken? Das Ding. Nach meinem letzten Zusammentreffen mit seiner Hackfähigkeit bin ich da nicht mehr ganz zuversichtlich. So, und jetzt kann ich das Hilfsprotokoll einsetzen. Entweder für Merrillex Get Freaked, aber ich möchte es für Holzkopf verwenden, weil Holzkopf einen guten Treffer nur noch begrenzt aushält. Damit hat er einen relativ hohen Verteidigungswert. Ich glaube, das müsste dann 50 sein. Purple Fire wiederum hat einen Schuss 23%. Du meine Güte. Aber hat nichts Besseres zu tun. Von daher. Komm schon. Eins zu vier die Chance. Merrillex. Merrillex. Und wieder sind wir in einer Situation, in der ich nicht sein möchte. Und hoffe mal, vielleicht reicht das schon, um ihn zu erwischen. Nein, es reicht nicht. Gut, dann schaffen wir ihn hier rüber. Spannung steigt, ich bin ganz sprachlos. Okay. Get Freaked, get freaked, get freaked kann in eine Deckung gehen. Das ist keine volle Deckung. Das wäre eine halbe Deckung. Die wir nehmen könnten. Oh. gut zu wissen, gut zu wissen. Da bewegen wir uns gleich. Wo ist der andere eigentlich hingelaufen? Haben wir das geklärt? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Hat er sich versteckt? Ist er zu seinen Homies gelaufen? ich finde das bedenklich. Was ist, wenn wir ihn hier hinstellen? Okay. Gut, ich befürchte, wir müssen hier ein wenig nachrücken. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, wir sehen noch einen Gegner. Den Sektopod durch die, wie heißt das? Feuer wieder? Nein, wo ist es denn? Tod von oben. Aus irgendeinem Grund sehen wir die. Das finde ich auch schon bedenklich. Ja, ich glaube, ich habe Sorge vor diesem Zivilisten. Wie viel Treffer Chance ist denn das? 73% ist eigentlich gar nicht schlecht. Und wir könnten alles in allem eine Art Hinterhalt legen. Hm. Eine quasi einen weiteren Hinterhalt. Merylix Merylix kann nach hier. Ah, ist ein guter Zivilist. Oh, eine Überlegung wie aufs Dach zu gehen. Longshot kann nach hier. Diese Runde werden wir nicht feuern. Baha bleibt hier und geht in Feuerschutz Modus. Longshot kann eigentlich auch nichts Sinnvolles machen. Wie sieht es denn mit dem Medikit aus? Ja, das funktioniert. Purple Fire Purple Fire sieht den Gegner auch und hat eine 43 prozentige Chance. Verbessern wir das mal ein wenig. So, bleibt nur noch der gute alte Holzkopf und ich glaube, den schaffen wir... Erstmal laden wir nach und dann stellen wir ihn nach hier. So, Teil des Problems ist, dass wir probieren müssen, die Leute auseinander zu stellen. Okay. So. Jetzt fängt es an spannend zu werden. Purple Fire sieht alles. Merrillix. Ich habe mir ein bisschen Sorge, wenn ich Merrillix bewege, dass das ausreicht, um zu triggern. Okay. Holzkopf ist der, bei dem man klar sagen kann, der sieht überhaupt nichts und das ist nicht Teil des Konzepts. Dann räume ich ihn nach hier und er kann und jetzt ist die Frage, was wir machen. Die Splitter Granaten reichen offensichtlich nicht bis dahin. Longshot wird mit Sicherheit in den Feuerschutz Modus gehen. Get Freaked wiederum hat noch den Raketen Werfer und der könnte tatsächlich alle Ziele treffen mit einem Schuss und Das finde ich persönlich sehr sehr gut. Das möchte ich also machen. Das heißt alle anderen inklusive Holzkopf Holzkopf sieht niemanden. Wer kann das Hilfsprotokoll machen und ich würde vorschlagen er macht das auf Merillix oder Holzkopf ich sage mal Holzkopf rüber da kleiner Gremlin und ansonsten kann auch er in den Feuerschutz Modus gehen. So Purple Fire sieht auch Leute wir stärken in Feuerschutz Modus Merillix sieht niemanden Merillix könnte mal probieren Plasma Blaster es reicht nicht ganz gut dann muss auch er in Feuerschutz Modus gehen jetzt haben wir nur noch get freaked und jetzt müssen wir es werden lassen ich glaube das trifft so gut wie alle und schmackes eine große Menge an Schaden ausgeteilt aber die werden jetzt freidrehen ich vermute hier reinlaufen und dann jede Menge Schaden kassieren hoffentlich das ist der Plan ah fünf komm schon ah traumhaft elf Schaden 15 Schaden nur gereicht hat es nicht was unschön ist einer hat den markiert und das wird nicht schön wenigstens kann er in der Kirche aufstehen der Sektor kott feisty einfach mal auf den Sender schießen und sich dann noch mal bewegen aber da gibt es noch mehr Reflexschuss es wirkt etwas hoch aber macht ja auch Sinn denn der hat ja jetzt sein Hauptteil hier oben die Frage ist ob man es sollte einen Mod geben mit Evox die dann irgendwas machen mit Baumstämmen und sowas und dann die Teile beschießen oh der will was mit seiner Lanza machen kriegt aber vom Klingensturm einen fast verpasst gut okay und der Schlag zurück hat glaube ich auch nicht funktioniert doch hat funktioniert sechs Schaden und betäubt Vermallet Died okay aber meine Damen und Herren Aminos Moor ist nicht mehr betäubt das heißt wir könnten ihn rein theoretisch benutzen für die ganze Sache mit dem mit dem Schwert sieht aber nicht so aus als ob das Sinn macht okay welcher ist der Schildtyp ich würde gerne den Schildtyp ausschalten sind wir dafür nah genug dran nein sind wir nicht okay Longshot Longshot kann einen kostenlosen Schuss abgeben blitzschnelle Hände gut machen wir haben wir das Problem zumindest gelöst dass dieser Schutz dran ist und jetzt kann sie nochmal einen regulären Schuss abgeben sie hat ja ohnehin kostenloses Nachwarn das heißt wenn sie jetzt trifft ist eine hundertprozentige Chance damit ist der Sektopod Geschichte das hatten wir anders bestellt verdammt okay Baha Baha rettet den Teil ich habe das Gefühl dass das hier ein Feuerschutz Modus ist von dem Ding und genau deswegen möchte ich es ehrlich gesagt nicht provozieren und ich möchte sicherlich nicht Merrillex bewegen aber ich möchte auch nicht Holzkopf verwenden wir probieren das hier bewegen uns hier rüber dann müsste er noch immer das Ding sehen und sollte in der Lage sein mit 71 prozentiger Chance aber die Rechnung schickt bitte nicht uns sondern der Kirche die Rechnung der Kirche bitte nicht uns schicken sondern den Aliens so war es gemeint so Holz Merrillex Merrillex hat noch einen Plasma Blaster so jetzt kommt der spannende Teil denn ich möchte den Schildmenschen erwischen damit und ausschalten zack nur ausgeschaltet ist das nicht aber er hat die Möglichkeit Salve zu machen das heißt mit einer 61 prozentigen Chance können wir ihn ausschalten und dann müssten die Schilder von den anderen auch ausfallen Schild entfernt genau das wollte ich machen und jetzt kann Get Freaket den Lanzenträger töten oh komm schon das sah so gut aus ach er brennt alles klar Problem gelöst so und Purple Fire kann hoffentlich diesen Elite Offizier schon ausschalten komm schon ach sehr schön nailed him so sieht's aus verbleibt noch der Holzkopf jetzt kommt der interessante Teil können wir Holzkopf so manövrieren dass er eventuell diesen Gegner dort noch ausschalten kann ich probier's mal von dieser Seite 62% Chance wir brauchen ihn gar nicht ausschalten warum mach ich's eigentlich er verbrennt doch eh das war nicht besonders clever ich hätte ihn stattdessen anders postieren können noch drei Runden für diese Geschichte von daher kann ich auch einfach sagen diese runde beenden wir ja er brennt auch für zwei ist das standardmäßig verwundete soldaten 6 wir brauchen wirklich noch mehr einheiten wir wir können nicht wirklich nur wir haben zwölf soldaten oder 13 soldaten oder 14 vielleicht wir bräuchten mindestens 15 aber eigentlich mehr damit wir wir bräuchten sowas wie 18 soldaten damit wir drei teams haben die wir mehr oder weniger durchcyceln können das wäre mein mein wunsch ich hoffe das können wir mit dem nächsten vorratsspeicher mit der nächsten vorratslieferung machen nichtsdestotrotz eigentlich eine ganz gute runde schade um die kirche ach alle alle sind sie am humpeln immerhin zwei leicht zwei schwer zwei normal von allem was dabei also erstmal eine beförderung machen revitalisierung oder übernahmeprotokoll du kannst robotische oder mechanische feinde mit deinem gremlin für einen hackversuch anvisieren das ist vielleicht ganz interessant ich weiß aber nicht wie erfolgreich das ist revitalisierung entfernt desorientiert betäubt in panik und bewusstlos und das ist sehr sehr mächtig das gibt mir im prinzip eine einheit zurück und das gibt mir auf jeden fall eine einheit zurück und das gibt mir eine chance einen gegner zu übernehmen aber ich glaube wir haben es noch nicht ausprobiert von daher werde ich es einfach mal vielleicht das bitte mal machen ja da weiter dann holzkopf schwer verwundet was mir sehr leid tut diese kleine kanone angriffe zerfetzen rüstung das wollte ich mal machen wir hatten letztes mal hatten wir sprengschutz gemacht was ja auch gut ist aber zerfetzen könnte glaube ich ganz gut funktionieren und dann haben wir noch purple fire den wir aus der haft befreit haben ist eigentlich ein soldat ein held die frage ist warum wir ihn immer noch sozusagen durch die gegend schleppen gibt einen schuss mit leicht verminderte zielsicherheit hat so jetzt ist die frage blitzschnelle hände hat uns eigentlich schon ganz gute dienste geleistet heftiger schuss wiederum ist zocken auf hohem niveau ich mach mal blitzschnelle hände weil wir ganz gute erfahrungen damit gemacht haben wie ich finde ja und dann gab es eine überragende marazinerweiterung marazin größe um drei erweitern und ein alien datenspeicher das ist natürlich sehr gute entwicklung und noch eine liriumkern hallo ja fantastisch und wir haben ganz viel geld eingenommen geld das wir in der technikabteilung ja jetzt investieren können in die herstellung von der strahlenkanone 250 vorräte 20 alien regierung das wäre sehr schön ich brauche mal alle ihre regierungsmitglieder wir haben hier eine waffe zu bauen beim heckaufzug soll etwas knirschen ich hoffe das ist keine metallermüdung heckaufzug ich glaube das war ein hinternwitz heckaufzug soll etwas knirschen metallermüdung ich denke sie reden über schlaffe hintern ja und wie immer kriegen wir jetzt wieder wahrscheinlich was neues etwas sehr sehr langes wo es eine belohnung gibt mit vorräten wir sind allerdings hier beim widerstands kuh und haben ganz viele kranke leute das schauen wir uns nochmal an sieben verwundet acht verfügbar da kann man das sehen drei sieben fünf vier drei zwölf für baha zwölf für baha wir haben zum beispiel nur noch einen gesunden grenadier wo ich eigentlich lieber zwei mitnehmen möchte und die meisten sind für einige zeit krankgeschrieben wir haben genügend ranger und wir haben zwei scharfschützen von daher das ist einigermaßen okay aber meine güte das nächste ziel sollten wir uns gut aussuchen das machen wir aber in der nächsten folge vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal